Zu den Kontakten dieser Welt. Mehr Sicherheit, nicht nur im Seniorenalter, sondern auch im Kindesalter. Besonders dann, wenn Kinder geschlagen werden, ohne Limit. Wenn ihr dann als Kind allein seid und keiner rettet, wird es bedenklich. Wenn die Hilfe parkt, wird es bedenklich. Ja, was geht uns das an? Wir haben genug zu tun. Das nennt man unterlassene Hilfeleistung. Aus diesem Grund schaue ich hin statt weg. Ja, was schaut denn der so hin? Warum sieht denn der alles? Tja, wer nicht desensibel ist, bekommt es mit. Couragiert for a better planet. Courage for a better planet. Die Welt braucht Mensch. Aber wie viel Mensch braucht die Welt? Polizeipräsidium Mittelfranken hat wirklich ein internationaler, anerkannter Kriminalpsychologe gesagt. Naja, die Nürnberger Polizei braucht halt dann noch ein paar Schulungsseminare. Das sage ich, ein paar Unbestimmte. Nicht ein paar, also nicht zwei. Denn zunehmend wiederholen sich die Ereignisse der oberflächlichen Wahrnehmung mancher, nicht aller, mancher Einsetzkräfte. Ansonsten hätten sie meine Aussage so ernst genommen, so ernst genommen, ich betone das, dass die Kinder an diesem besagten Sonntag im Januar in Sicherheit gekommen wären. Aber nein, die nach Luft ringenden Kinder wurden der Familie nicht entnommen. Bedenklich. Das war ja der Grund des Anrufs, dass die Kinder sicher sein können. Man hat mir dann im Nachsatz einige Stunden später gesagt, wir können ihnen versichern, dass alles Erdenkliche für diese Kinder getan wurde. Naja, dann schauen wir mal. Denn am nächsten Tag war das Konzert wieder. Alarm, 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 Alarm. Mehr Mensch, mehr Sicherheit. Für Kind und Tier. Galakam.tv On Tour